Willkommen bei CAP. Zu Gast ist heute der deutsche Regisseur, Autor und Intendant Marc Günther. Zehn Jahre leitete er das Schauspielhaus Graz. Martin Kusche und Christoph Schlingensief haben dort erste Regiearbeiten vorgelegt. Als Schauspiel-Köln-Intendant holte er Regisseure wie Michael Thalheimer und Hans Neuenfels ans Haus. Birgit vom CAP Team ist heute unser Kapitän und spricht mit Marc Günther über die Zukunft der großen Bühnen, alternative Theaterformen und warum Nachwuchsförderung nicht nur im Fußball wichtig ist. Hallo nach Frankfurt, Marc. Ich grüße dich, guten Tag. Herzlich willkommen bei CAP. Ja, mich freut es, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, danke sehr an deine Stelle. In der Intro haben wir dich kurz vorgestellt. Du blickst zurück auf viele Jahre Theater. In Österreich und in Deutschland warst du Intendant. Kommen wir gleich zu unserem Thema. Wenn wir jetzt in der Pandemie sind, hören wir, dass viele Theater im wahrsten Sinne des Wortes Raum verlieren und sozusagen manchmal umfunktioniert werden. Auch die renommierten solche Häuser wie das Globe Theater in London stößt an finanzielle Limite. Aber finanzieren ist ja nicht nur zur Pandemiezeit eine Herausforderung. Wie entsteht überhaupt Theater und was kostet es? Man muss ja ein bisschen zurückgreifen. Ganz ursprünglich war Theater, gab es ein paar Menschen, die haben gesagt, wir spielen einen Text und verlangen Eintritt dafür, in welchem Raum auch immer, Neubehrin auf ihrem Theaterkarren. Und dann wurde, gab es gerade im deutschsprachigen Raum, und das spielt eine große Rolle, gab es die Hoftheater, wo also jeder kleine Fürst oder Graf sich ein kleines Theater eingerichtet hat und hat das finanziert. Nach den bürgerlichen Revolutionen haben die das nicht mehr wollen und können. Und dann hat die öffentliche Hand das übernommen. Und du weißt, Burgtheater ist ja von Josef I., der eigentlich Franz Josef II. war, nämlich deutscher König und dann österreichischer Kaiser, als deutsches Nationaltheater eingerichtet worden. Aber wie gesagt, der österreichische Staat hat das dann freundlicherweise übernommen, nachdem es die Monarchie nicht mehr gab. Das heißt, diese immensen Kosten, die den Fürstenhöfen wahrscheinlich schnurz waren, hat dann das Bürgertum übernommen. Durch Eintritte hat sich das nie finanziert, weil die Kosten eines Theaters mit festen Schauspielern, festen Bühnenbildnern, festen Technikern, die Gebäudeerhaltung und so weiter bis heute die Hauptkosten sind. Die künstlerischen Kosten sind ein kleiner, kleiner Prozentsatz dieser Sachen. Und das beschreibt das Schöne daran, das gibt es nämlich fast nur im deutschsprachigen Raum, aber das beschreibt auch das Problem. Das Problem ist, dass tatsächlich die Eigenwirtschaftlichkeit der Theater tendenziell immer mehr sinkt. Das liegt an mehreren Dingen. Zu dem einen sind, dass sich sehr viele Leute diese Eintrittspreise gar nicht mehr leisten können. Ich war letztens im Burgtheater letzte Woche, vorletzte Woche genauer gesagt im Akademietheater und habe für eine normale Vorstellung 60 Euro Eintritt bezahlt. Ich frage mich, wer kann das noch? Und selbst jetzt ist es so, dass das Burgtheater, wie ich weiß, nicht gerade auf Rosen gebettet ist im Gegensatz zu früher. Auch da sind ganz starke Sparmaßnahmen da. Das Problem ist, dass diese Theater teilweise angestellten Zahlen von mehreren Hundert haben. Das sieht man immer nicht. Man sieht vier, fünf Schauspieler auf der Bühne, wenn man Glück hat, zehn. Dahinter stecken Maskenbildner, Kostümbildner, Techniker, Fahrer, die die Dekoration rein und raus fahren müssen, Garderobenpersonal, ein großer Wasserkopf an Verwaltung und so weiter und so weiter. Die wollen alle eben monatsersten oder am 15. in Österreich wollen die halt ihr Geld haben und ihre Brötchen kaufen. Die Eintrittsgelder spielen, selbst wenn sie so hoch sind, wie sie im Moment sind, eine sehr geringe Rolle. Zudem kommt, dass das im Moment im modernen Theatern der Produktionsdruck erhöht ist. Hat man noch vor 30 Jahren gesagt, naja, man hat so, naja, 15 Produktionen im Jahr, acht im Großen und sieben im Kleinen, ist dadurch, dass der Anteil an der Bevölkerung, die das Theater besuchen, immer geringer wird. Und das liegt nicht nur an den Preisen, das liegt auch daran, dass das Medium als sehr bürgerlich gilt, dass es nicht schnell zu konsumieren wie das Kino, das ja auch schon seine Probleme hat, siehe Streamingdienste, sagen wir mal einer relativ kleinen Schicht von Informierten nur noch genutzt wird. Also wir haben noch zu Kaiser-Josephs Zeiten im Burgtheater, jeder der es konnte und eine Karte überhaupt ergattern konnte, dahin ist, weil das auch jeweils eigentlich jede Vorstellung ein gesellschaftliches Ereignis ist. Oder gehen wir zurück zu Shakespeare-Zeiten, ne? War das Globtheater? Ja, oder so, das war die, das war die öffentliche Kommunikation, also wenn man sieht, das war das Social Media der Renaissance, ist das jetzt auch nur noch für eine kleine Schicht. Diese kleine Schicht würde zuschauermäßig, zahlenmäßig die Theater ja nicht mehr füllen, weil wenn du nur noch 15 Produktionen in der Spielzeit machst, haben selbst die Interessiertesten, ne? Kein Mensch geht 15 Mal im Theater, irgendwas, der relativ normal ist, ne? Das gesehen, was sie sehen wollten und das war es dann. Also muss man, haben die Theater vor etlichen Jahren angefangen, immer mehr, immer mehr zu produzieren. Wir kennen das von Goethe, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, um a, andere Zuschauerschichten zu bilden und b, durch eine höhere Diversität, das Wort ist heute total etwas besetzt, ich meine es aber im ursprünglichen Sinne, mehr Zuschauer durch mehr Stücke anzulocken. Das heißt, man versucht, die wenigeren Zuschauer, die man hat, öfters ins Theater zu bringen durch eine größere Vielfalt der Programmierung. Das funktioniert zum Teil auch, hat aber auch so eine natürliche Grenze. Das Ganze, wie gesagt, fügt, das ist ja sehr, sehr, das eine Problem. Das zweite Problem bei diesen Theatern ist natürlich, dass wir Produktionsstrukturen haben, die voll sind, luxuriös sind, wo man aber die Gesellschaft und teilweise die Städte sich fragen, ob sie sich das überhaupt noch leisten wollen. Wie gesagt, die Kommunen, die Staaten sind, wenn es eben nicht mehr so massentauglich ist, rentiert sich, das ist viel, viel Geld, das man hineinsteckt noch. Und das führt zu extremen Sparmaßnahmen. Also ich weiß zum Beispiel, dass das Theater in Köln, nochmal als Beispiel, weil ich die Zahlen ungefähr genau weiß, noch in den frühen 80er Jahren zwischen 50 und 60 festangestellten Schauspielern hatte. Und dazu kamen einige Gäste. Ich glaube, es hat jetzt inzwischen noch 21, 22 festangestellte Schauspieler plus Gäste. Bei dem Burgtheater wird man ähnliche Reduktion, ich glaube, die haben jetzt noch 60 Schauspieler, das weiß ich nicht, aber die hatten mal weit über 100 Feste plus Gäste. Das bedeutet eine ganz starke Reduktion innerhalb des Künstlerischen, aber die Kosten für den Unterhalt der Häuser, für die Betreuung der Häuser, die sind eher gestiegen. Das heißt, die Schere läuft so, dass das Eigentliche, was man auf der Bühne sieht, die Schauspieler, die Bühnenbilder, die Kostüme, dass der vom Gesamtkuchen, den die Theater bekommt, obwohl der sehr groß ist nach wie vor, eigentlich nur der geringste Teil zu sehen ist. Man hat mal versucht, ich glaube Anfang der 90er Jahre, hat das Kultusministerium in Baden-Württemberg mal sich überlegt, ob es das Stadttheater in Freiburg schließt, weil die selbst für Theater damals sehr rote Zahlen geschrieben haben. Und ob das überhaupt notwendig wäre, weil auf der einen Seite liegt Straßburg, auf der anderen Seite liegt Basel und dann kann man ein paar freie Gruppen finanzieren und dann geht das schon. Man hat nur herausbekommen, dass die Schließung kaum Geldersparnis bringt für die Kommune, weil die Folgekosten noch über 10 bis 15 Jahre fast genauso hoch wären, allein die Häuser zu unterhalten und zu verwalten, wie ohne Schauspieler und ohne Sänger. Also sind wir dann eigentlich schon bei Immobilien und Architektur, nicht? Ja, genau. Das ist ja eigentlich ein Dilemma und eine Spirale. Wie kommt man da raus? Das Problem ist so. Viele Leute, die inzwischen über Theaterneubauten oder Neustrukturierungen der Theater nachdenken in den Kommunen oder in der Kunst, das sind einerseits viele Leute, die sozusagen a, entweder den repräsentativen Theaterbau nach wie vor toll und wichtig finden. Der kann auch richtig Geld kosten, wie man dann die Folgekosten dann in den Stadt- oder Staatshaushalten verankert. Darüber macht man sich dann wenig Gedanken. Ich kann das an ein paar Beispielen gleich exemplifizieren. Die andere Seite ist, dass es natürlich auch starke Kräfte gibt, vor allem bei den Linken, die sagen, das ist sowieso alles bürgerliche Kunst für Eliten. Das können wir ganz viel billiger machen, weil wir dann, sagen wir mal, Stadtteil, Kunst, freie Gruppen mit wesentlich weniger Geld finanzieren können. Es gibt also Modelle, Holland oder sowas. Also wir machen es produktionsbezogen. Und das ist sowieso viel volksnah und von der Produktionskosten viel aufwendiger. Es ist eine Milchmädchenrechnung, die vor allen Dingen tatsächlich ins Zentrum der Kultur stößt. Aber auch das kann ich nachher noch ausführen. Ich habe, um kurz mal zu erwähnen, ich habe am Wochenende, weil ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch auch, habe ich bei Netflix einen Film gesehen über den Wynn Handmann. Und der hat seinerzeit, ich glaube, das war Anfang der 60er-Jahre, auch nach einem Ort gesucht, wo er Theater machen kann in New York City. Und ist sozusagen in eine Kirche gekommen. Damals eine Gegend in der 46th Street, da ist ja überhaupt keiner hingekommen, weil das war nicht das Zentrum. Und hat, wenn keine Gottesdienste stattgefunden hat, hat in dieser Kirche Theater gemacht. Also es gibt immer Wege, vielleicht... Es gibt immer Wege, Theater zu machen, weil das Schöne ist, im Theater brauchst du eigentlich nur ein paar Bretter, ein paar Podeste. Und das kannst du auf den Marktplatz stellen, das ist irgendwie ja wieder im Mittelalter. Und dann braucht es ein paar Leute, die das eingeübt haben und die einen schönen Text haben und die das da spielen. Das geht schon, das reicht eigentlich für Theater. Die Grundfrage ist natürlich, was man will. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Italien hat... Jeder, der nach Italien reist, kennt das. In jeder winzigen Stadt gibt es ein wunderhübsches Gebäude, nämlich das Teatro Municipale, das Stadttheater. Und dieses wunderhübsche Gebäude, und das gibt man sogar in kleinen Orten, wie Sachzana, Rovareto oder wie sie alle heißen mögen. Überall steht ein Theater, weil die Theaterkultur kommt tatsächlich ja ganz ursprünglich. Das Vaterland ist Italien, jedenfalls unsere neuzeitliche Theaterkultur. Diese Theater sind fast alle nicht mehr bespült. Sie sind alle zu. Es findet natürlich Dinge drin statt, nämlich Gastspiele. Es gibt in ganz Italien, ich glaube, es sind zwölf Theatrostabile, die aber mit unseren Stadttheatern nicht zu vergleichen sind. Das sind Theaterproduktionsgruppen, die angebunden sind in eine bestimmte Kommune und die dann was produzieren, drei, vier Stücke im Jahr, und die dann mit diesen drei, vier Stücken auf Tournee gehen. Das heißt, sie bespielen alle anderen Häuser auch. Das heißt, wenn ich in Bozen ein italienischsprachiges Theaterstück produziere, dann spiele ich das auch in Turin und Palermo und Venedig und umgekehrt. Und so bespielen diese zwölf Theater ganz Italien in Stiefel rauf und runter. Und das führt auch dazu, dass man auch nicht mehr so viele Schauspieler braucht. Das heißt, es gibt ganz Italien, glaube ich, nur noch zwei staatliche Schauspielschulen und ein paar private. Die Bühnenbilder werden alle danach angefertigt, passen sie den Lastwagen, der mitfährt, und sind sie vor allem rasch verpackbar. Ja, ansonsten kann man das lassen. Und bei den Kostümen spielt eine ähnliche Frage die Rolle. Das heißt, eingeleitet worden durch Mussolini, der das irgendwie auch Quatsch fand, diese ganzen Stadttheater, und der erst mal einen Großteil dieser Stadttheater eingestampft hat. Und ist fortgeführt worden durch Spaßmaßnahmen mit einem weiteren Höhepunkt unter Berlusconi, der, glaube ich, 30 Prozent, eine allgemeine Kürzung der Stadttheater, nochmals 30 Prozent gemacht hat, sodass selbst diese Theatros Davili nicht überleben konnten. Und man hat stattdessen in Festivals und in kleine Gruppen, kleine Events entsprechend etwas mehr Geld hineingetan, um sozusagen in den attraktiven Zeiten, also im Sommer, wenn die Leute gerne in Freilichttheater gehen oder so was, also hier den Anspruch von einer Kulturnation noch zu erhalten. Das Problem ist damit, dass man natürlich die gesamte Kultur auszündigt. Ich kann das mit dem Fußball vergleichen. Wenn ich tolle Mannschaften habe, wie Juventus Turin, Bayern München, Benefica Lissabon, die nähern sich natürlich aus kleineren Vereinen, die bis runter in die Dörfer gehen, aus sehr vielen Schulen, die man jetzt aufgemacht hat für Jugendliche, die sich für Fußball interessieren. Also von nichts kommt nichts. Wenn ich so noch große Vereine habe und Leute einkaufe, wird mir bald die Leute fehlen, die sozusagen aus einer großen Masse zu einer Elite zusammenwachsen, in denen ich dann tatsächlich Fußball sehen kann, wie ich es genieße, wenn ich eben Bayern München, Benefica Lissabon oder Juventus Turin, Schalzi, ich will jetzt nicht alle nennen, ansehen will. Ähnlich ist es bei Theater. Das Deutsche oder Theater, beziehungsweise das Theater im deutschsprachigen Raum, ernährt sich und ist deswegen qualitativ so hochwertig davon, dass es so viele Theater gibt, dass ich in Ingolstadt anfangen kann, um, wenn ich Glück habe und auch noch richtig, richtig gut bin, dann zum Schluss eben am Burgtheater wiederfinde und so weiter. Wenn diese Kette unterbrochen wird, dann habe ich dieses Theater nicht mehr. Die Frage ist, brauche ich das? Will ich das haben? Bin ich nicht auch damit zufrieden, dass ich sozusagen mit einem Dilettantentheater, wir wissen, Dilettare heißt erfreuen, also mit einem Liebhabertheater, komme ich damit nicht auch zurecht? Es ist nicht auch schön, wenn Frau Müller und ihre Tochter im Shakespeare mitspielen und das auch noch ganz nett machen. Brauche ich das? Will ich das? Will ich diese Form von Theater noch? Will ich diese Hochkultur überhaupt mir leisten als Gesellschaft oder nicht? Das sind erst mal die Grundfragen, die davon ausgehen. Wenn man diese Frage bejaht, ich will mir das leisten, dann muss man natürlich trotzdem anfangen, darüber nachzudenken, wie kriege ich diese Dinge schlanker. Und darüber denken, wie ich schon eingangs sagte, nämlich die Leute nicht gut genug nach. Ich kann zum Beispiel Frankfurt sagen. In Frankfurt wird behauptet, ähnlich wie das in Köln war zu meiner Zeit, dass die Theater eigentlich nicht mehr spielbereit sind, technisch veraltet, dass man sie entweder sehr kostenaufwendig renovieren müsste oder gar abreißen und Neubau ist ja scheinbar immer billiger, neu aufbauen müsste und so weiter. In Frankfurt gibt es die Diskussion, dass man dann zum Beispiel das Schauspielhaus und die Oper, die jetzt noch zusammenliegen, ähnlich wie in Köln, örtlich, räumlich, zumindest in benachbarten Gebäuden, dann entzerrt und an verschiedenen Orten wieder aufbaut. Es gab einen Architekturwettbewerb oder einen Anfang eines Wettbewerbs, war auch nicht ausgestellt im Deutschen Architekturmuseum. Aber noch mit keinem Ergebnis, nicht, oder? Es gibt bis jetzt nur Ablehnungen. Also es gab eine Initiative in Frankfurt, da sagte man ja, hinter den Fassaden des Neubaus der Oper sind noch die Fassaden des alten Schauspielhauses erhalten. Wäre doch reizend, man würde das Schauspielhaus dahin tun, in die Oper, sonst wohin. Weil dann hätte man diese alte Fassade wieder, also ein bisschen der Romantizismus, was Architektur betrifft. Okay, aber du wolltest eigentlich über Strukturen reden, nicht, über neue Konzepte. Ich sage einmal ein einfaches Beispiel. Man ist in den Theatern dazu übergegangen, weil man länger probt als früher, dass man die Proben im Haus behalten hat und dafür Werkstätten, die ja dann immer zu klein sind. Das kennt man, wenn man kocht. Die Küche ist grundsätzlich zu klein. Der kleine Kompüse ist zu klein. Hat man eine ganz große Küche, ist sie auch sofort zu klein. Und so ähnlich ist das bei Theatern und den Werkstätten auch. Die sind immer zu klein. Und vor allem sind sie deswegen auch zu klein, weil, wie eingangs gesagt, immer mehr Stücke produziert werden. Jetzt hat man angefangen, diese Werkstätten meistens auf die grüne Wiese in die Vorstadt zu verlegen. Siehe Köln, wo die Werkstätten neu gebaut sind, Ossendorf, Graz auch übrigens, wo die Werkstätten weit außerhalb sind. Das hat Vorteile, weil die Werkstätten da schön neu gebaut werden können, großdimensioniert, meistens immer nie ausreichend, dann auch nicht. Den Nachteil, dass die Bedienung der Häuser selber mit Dekoration und Ausstattung ungeheuer kompliziert ist, weil mir die Lagerräume für vollständige Dekoration, selbst für die Laufenden, fehlen. Das heißt, ich muss eine Vorstellung im Theater aufbauen, ich spiele sie, will ich weiter Repertoire spielen und nicht en bloc, muss ich die täglich abbauen, das neue Ding aufbauen. Das muss ich immer rankarren, wegfahren. Ich kann wahrscheinlich höchstens ein, zwei, maximal drei Ausstattungen im Haus selber aufbewahren. Solange ich dieses Abo-System habe, wie es ist, dass ich also möglichst abwechslungsreich habe und nicht drei Tage hintereinander dasselbe Stück spiele, solange ich das so will, kostet das durch diese Konstruktion ein Schweinegeld. Also müsste man es wieder bündeln? Es gibt die Möglichkeit, dass man zum En-Block-Spielen kommt. Beim En-Block-Spielen hat man natürlich Angst, dass man die Häuser nicht voll bekommt dadurch, weil dann jeder sagt, ach, das spielt jetzt die ganze Woche und noch eine Woche drauf und dann irgendwann gehe ich da rein und dann ist es weg. Und man ist nicht reingegangen oder so. Und man kann sein Abo-System mit Dienstagsblau und Mittwochgrün nicht erhalten durch so ein System. Man müsste die Leute umgewöhnen. Dennoch, die andere Sache ist, brauche ich tatsächlich diese Anzahl an Zuschauern durch die ungeheure Diversität und der Produktion. Wenn man mit Schauspielern redet, auch von den ganz großen Häusern, stöhnen die alle, weil bei 30 Produktionen fehlt ihnen oft der Zusammenhang. Sie können oft treffen, oft gar nicht auf Kollegen in den Produktionen. Sie wissen meistens gar nicht, was rechts und links von ihnen passiert. Sie vermissen eine Art konzeptionelle Erklärung und Zusammenhang. Das steht zwar immer gerne in den Programmbüchern. Wir kümmern uns diese Spielzeit um, bla, irgendwas, was weiß ich, Diversität in der Gesellschaft und so. Letztendlich machen das immer die Dramaturken. Man macht vorher den Spielplan und hinterher kommen ein paar Dramaturken und schreiben dann, was der Spielplan für einen Sinn macht. Leider ist es oft so. Umgekehrt würde natürlich ein Stiefel daraus. Und dass es nicht umgekehrt ist, das vermerken sehr viele Kollegen, die an diesen Häusern mit diesen riesigen Produktionszahlen verpflichtet sind. Das heißt, auch da wäre die grundsätzliche Frage, braucht man tatsächlich, ich sage jetzt mal, 250.000 verkaufte Karten im Jahr für ein Haus? Oder könnte man nicht auch mit der Hälfte leben und der Hälfte der Produktion ohne einzusparen? Denn davon haben alle Intendanten Angst. Wird ihnen das Geld weggenommen, kannst du es nur an der Kunst wiederum einsparen. Also muss der Einspieldruck, der zwischen 15 und 20 Prozent inzwischen optimal liegt, weil das wird ja inzwischen gerechnet. In den 80er Jahren war es, piept mir es egal, was man einspielte. Man hatte sein Budget und hätte damit zurechtzukommen. Inzwischen kann man sein Budget erhöhen, wenn man mehr einspielt. Das ist so eine Geschichte, die halt sozusagen einer modernen Betriebsführung entspräche. Aber diese Häuser sind eben keine modernen Häuser. Es sind, Theater ist ein Archäokteryx. Und wenn man sozusagen das Theater anpassen will an moderne Produktionsweisen, dann geht das ein bisschen schief. Weil der Intendant des jeweiligen Hauses natürlich damit reagiert, indem man die Schlagzahl der Produktion immens erhöht. Damit werden die Produktionen oft flüchtiger probiert. Die einzelnen Produktionen haben nicht mehr diese Wichtigkeit. Die Schauspieler sind nicht mehr so zentral. Und so weiter. Es ist sehr interessant, was du das erwähnst, gerade eben was Architektur und Abläufe betrifft. Man sieht es ja auch gerade in der Schweiz an vielen Hotelgebäuden, die vor einem Jahrhundert entstanden sind, die massive Wege haben. Und wenn dann neue Hoteldirekturen kommen und sozusagen das Gebäude neu bespielen müssen, stehen genau von der gleichen Herausforderung, dass eigentlich das Funktionieren dieses Kolosses umgedacht werden muss, in moderne Systeme integriert werden muss. Also Architektur und Abläufe haben da schon einen großen Stellenwert für das Funktionieren des Ganzen. Wir haben in Köln zum Beispiel, heißen die Spielstätten, zum Beispiel eine Spielstätte heißt Schlosserei. Die heißt einfach deswegen so, weil da tatsächlich mal die Schlosserei drin war. Das ist auch ein ganz hübscher Ort. Aber die Schlosserei liegt natürlich in Ossendorf inzwischen, die eigentliche. Also es zeigt einfach, dass diese ganzen, das Herausfinden der Werkstätten auch den inneren Zusammenhang in dieser Theater, weil sehr viele Schauspieler sehen die Techniker nie, die ihnen das eigentlich schneidern, die das herstellen, die das schweißen. Das war früher anders. Man hatte ein Zusammenleben damit. Das fand ich eigentlich immer ganz schön. In Zeiten habe ich ja auch noch erlebt. Und auch den Umbruch. So, aber das Ganze gipfelt tatsächlich in der inhaltlichen Frage. Nämlich, wie will ich, was für Theater will ich überhaupt machen und wie will ich es machen? Denn einfach, wie gesagt, der aufgedrückte Sinn durch Dramaturgien, die dafür bezahlt werden, dass sie dann eine Ideologie erfinden, die gar nicht drinsteckt. Es gab mal einen sehr schönen Fall. Es gibt ja diese Apotheker-Umschau des Theaters, das Theater heute heißt das. Und die hat ja einmal im Jahr so ein Jahresheft und da wird dann immer besondere Leistung. Also Schauspieler des Jahres, Bühnenbildner des Jahres und so weiter. Und da gab es auch mal so Preis für die Würdigung, für die Gesamtstruktur eines Spielplans. Und das hat mal irgendwie in den frühen 80er Jahren das Schauspielhaus Düsseldorf gewonnen. Da weiß ich zufällig, weil ich dann nur viele Leute kannte, ich habe da nicht gearbeitet, dass dieser Spielplan aus Unfällen zustande gekommen ist. Regisseure hatten gerade, das kann passieren im Theater, das ist so. Regisseure, einer ist verunfallt, der konnte da nicht inszenieren, der musste ein anderer einspringen. Dann muss man das Stück ändern, weil der mit dem Stück nicht und so weiter. Das ist der ganze Spielplan zusammengekracht und es war ein Notspielplan. Theater heute hat erkannt, dass es nun wirklich eine geniale Dramaturgie wäre. Das Ding ist sehr gut gegangen, aber es war wirklich keine Planung dahinter, sondern gerade das Gegenteil, es war das Resultat eines durch nicht Verschulden, aber wie es halt passieren kann, als Chaos ist das Ausbrach. Deswegen begründen kann man hinterher alles. Schöner wäre natürlich, man würde ein bisschen, und ich finde es sehr bedauerlich, ich bekomme das mit, so von Freunden aus Häusern, die da arbeiten, dass diese Pandemie, dieses Innehalten, anstatt dass man gesagt hätte, ich glaube der Kollege Ostermeyer in Berlin hat das vorgeschlagen, aber irgendwie war das nur noch eine Zeitungsnotiz und wurde nicht wirklich drüber nachgedacht, nicht reflektiert. Diese Pandemie, dieses Innehalten zu benutzen, wirklich innezuhalten. Und anstatt in dieser Zeit furchtbare Schauspieler, homemade Videos zu streamen, was wirklich nicht die Aufgabe des Theaters ist, anstatt es in der Zeit permanent zu sagen, wir sind noch da, es geht aber dann bald weiter und so, was Quatsch war, weil alle haben letztes Jahr damit gerechnet, sie können im Herbst wieder spielen, das war nur ganz kurz und schüß, also anstatt diese Zeit zu benutzen, sich hinzusetzen und zu sagen, stopp, wir stoppen den ganzen Laden. Und wir benutzen diese Zeit, in der wir bezahlt werden, um mal drüber nachzudenken, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit? Ist das denn eigentlich dieses Gewerbe, das ein bisschen verkommen ist, weil ich erkläre, warum ich es für verkommen halte. Also ich bin Intendant, ich möchte gerne verlängert werden und möchte bei einem noch größeres Haus kommen, also brauche ich Erfolg beim Feuilleton. Ich möchte auch verlängert werden und Erfolg beim Haus haben, weil ich brauche die Zuschauer, also brauche ich Erfolg bei den Zuschauerzahlen. Das Feuilleton ist nicht immer ganz einverstanden mit dem, was Zuschauerzahlen bringt und umgekehrt. Die Zuschauer kommen nicht überall dahin, wo das Feuilleton es großartig findet. Die Stadtväter wiederum urteilen nach beidem, also hat mein Haus, bringt dieses Haus, das wir haben, dem Ruhm der Stadt, trägt es zum Ruhm der Stadt bei, oder aber uns sind die Leute zufrieden. Was gehen Sie ins Theater? Unsere Bevölkerung, unser Publikum sind die Theater voll und haben ja deswegen auch einen etwas geringeren finanziellen Druck, weil die Eigeneinspielung höher ist. Das Ganze ergibt sich dadurch, dass dann meistens der Erfolgsdruck verteile ich dann auf sehr viele Produktionen, siehe oben, und ich fange an, vor mich hin Hand zu werkligen. Das heißt, ich versuche, die hipsten Regisseure abzufangen. Ich habe mal irgendwann mir von der Dramaturgie, von dieser Apotheker Umschau Theater heute, brauchten wir ein Exemplar, weil ich habe manchmal Stücke abgedruckt. Und das Stück gab es irgendwie nicht in den Archiven. Da habe ich gesagt, das war mein Theater heute, abgedruckt. Und dann kam die Dramaturgie und brachte mir ein zehn Jahre altes Heft. Und das war zufällig so ein Jahresheft von zehn Jahren. Also das steht jetzt von den 90ern, also war es ein Jahresheft aus den 80ern. Da habe ich geguckt und habe gesehen, dass von diesen Pop of the Tops in den 80ern zehn Jahre später kaum noch einer über war. Jedenfalls nicht mehr in dieser, also die Schauspielerin des Jahres war wahrscheinlich inzwischen in Erfurt und der Bühnenbildner des Jahres hat wahrscheinlich inzwischen Kaufhauserstattung gemacht. Keine Ahnung. Jedenfalls, sie waren verschwunden aus dieser Kategorie. Sehr gute Leute. Also die Kurzatmigkeit des, dieses haben sie nicht, wie ich sagte, Tucholske, haben sie nicht was Neues für mich, was ganz Verrücktes, Perverses. Die Kurzatmigkeit des Popgeschehens, was ja, wie wir wissen, nicht unbedingt zur Steigerung musikalischer Unterhaltungsmusik beiträgt, hat auch die Theater ergriffen. Durch das immer schneller, immer mehr, immer weiter, immer schicker, immer dichter an der Zeit, immer dichter am Zeitgeschmack, wird sowas ganz gerne oft auch sehr schnell schal. Wenn man da gerade sieht, dein Zeitgeschmack, du hast seinerzeit Christoph Schlingensief geholt als jungen Mann. Ja. Ja. Der war unbekannt seinerzeit, nicht? Ja, ich bin ein bisschen mir dran schuld, tatsächlich, also ein bisschen mir dran schuld, war wahrscheinlich Christoph und ich, wenn ich mich in einem Atemzug mit dem Kollegen nennen darf. Aber in der Tat war es so, dass Schlingensief vorher bekannt war durch diesen Independent-Film Deutsches Kettensägen-Massaker, was so ein paar ganz wenige Leute, man konnte ja noch nicht mal streamen, bekannt war, würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr gestreamt werden, wenn Schlingensief nicht Schlingensief wäre. Und er hat dann im Voten Salon an der Volksbühne in Berlin so ein paar kleine Events gemacht. So, das war es aber auch schon. Und ich habe damals eine sehr schöne, wunderbare Zusammenarbeit mit dem Professor Haberl gehabt in Graz. der ist später Professor für irgendwas in Saarbrücken geworden, war ein altgediegener, hochkultivierter Mensch. Ich glaube, er war Steirer, aber ich bin ihm nicht mehr sicher. Und Haberl war Chef des Steirischen Herbstes und war ein toller Chef, fand ich. Und hat mich sozusagen damit ins Boot geholt für das, was Theater betrifft. Und dadurch konnte ich mir Schlingensief angeln. Und wir haben gemacht, ich glaube, es war 95 im Rahmen des Steirischen Herbstes, ein Projekt von Schlingensief, das hier ist Hurra Jesus. Mit, ich weiß nicht, 60 Leuten auf der Bühne oder 50. Und es war eine einzige große schlingensiefische Blasphemie, die auch in der, das ist bei Schlingensief ja häufig gewesen, in dem Gipfel, der Gidegen gipfelte, dass man den Papst, einen Attentat auf den Papst machen müsste. Schlingensief spielte selbst mit. Als Kaplan, als eifernder Kaplan. Und wir hatten einen kleinen Grazer, der Trissimoni 21 hatte, der vielleicht Mitte 20 war damals, der eine Art Jesusfigur spielte. der sozusagen als Tumpertor, als naiver Mensch, aber gleichzeitig, die Tumpen sind, die Toren sind ja den Gott am Nächsten, dadurch dieses Stück eilte. Das war so, dass die Grazer kleine Zeitung geschrieben hat, Herr Schlingensief, das ist schlichtweg SCH Punkt, 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 Scheiße war gemeint. Und wir hatten in der Premiere tatsächlich, flogen die Türen, die Zuschauer verließen den Saal und sagten mal wieder, typisch dieser grauenhafte steirische Herbst. Wir haben das Ding ab der dritten Vorstellung so ausverkauft gespielt, dass die Leute wirklich einmal rund ums Theater standen, um noch an die Restkarten zu kommen. Und es war sensationell. Und das Schöne dabei war, dass die Diözese der Stadt Graz, wo man ja eigentlich hätte denken müssen, die hätten uns bekämpfen müssen, sozusagen mit Weihwasser und Kreuzen, die saßen da drin und haben das gestützt und gesponsert. Und der, ich weiß nicht, der Stellvertreter des Bischofs, der, ich weiß nicht, kenne mich der kirchlichen Hierarchie nicht aus, bitte nur ein Haus aus Protestant, saß da und sagte, er hätte in der Premiere geweint, weil diese Figur des Mario, diese Christusfigur, die hätte das eigentliche Christentum so ausgedrückt, wie er es selten in der Kirche erlebt hätte. Also Schlingensief sozusagen als der eigentlich ja bei seiner ganzen Krudität ein hoher Moralist war, hat sich da Ediths Best ergeben. Und das war eigentlich auch der Ausgang, dass Schlingensief dann woanders auch große Theaterprojekte bekommen hat und dann in Ö3 eingeladen wurde und bei mir hat er ja dann mir die Treue gehalten, bis zum Jahr 2000 hat er immer wieder da bei mir gearbeitet. Und ich weiß noch, im letzten Jahr saß ich da mit ihm in Graz auf dem, wie hieß es, der Marienplatz, wo diese Statue ist, ich vergesse so vieles, er hat jedenfalls eine Aktion gemacht und zwar hat er so Hochsitze aufbauen lassen und unten gab es Spendentische. Das war auch nochmal mit dem starischen Herbst mitfinanziert und auf diesen Spendentischen konnte man für die Notleidende dieser Welt, irgendwie Afrika oder irgendwas, das ist auch ganz beliebig, also jedenfalls für Notleidende, konnte man Geld abgeben und spenden gegen Quittung. Dieses Geld hatte man dadurch bekommen, dass Schlingensief und wechselnde Besetzung, zum Teil auch ich, ich sage zum Teil mit Schlingensief zusammen auf dem Hochsitz, dass wir Schillinge unter die Menschen gestreut haben. Scheine, 20 Schillinge, 10 Schillinge, was ist so, bis zu 50 Schillingen Scheine und wir hatten dafür ein Budget, ich glaube von heute umgerechnet vielleicht 5000 Euro. Das waren aber eine ganze Menge Schillingen Scheine und wir saßen also oben und haben diese Scheine gestreut und da waren im Schilder, die könne man jetzt auch dann spenden für die armen Kinder in irgendwo und wir wussten natürlich genau wie viel Geld wir verstreuen und wir wussten haben dann sehen können wie viel Geld tatsächlich dann zu diesen Tischen kam gegen Quittung abgegeben wurde als Spende für und es war vielleicht 20% was an den Tischen landete dem Rest konnte man sehen wie die Grazer Bürger teilweise Damen mit Einkaufstüten im besten Kostüm auf den Knien rutschten und diese Schillinge aufklaubten die sich teilweise gegenseitig wegrissen und das war die eigentliche Aktion das hat man so richtig verstanden ich finde das genial weil ein besseres Experiment ein eulenspiegelhafteres Experiment über die Nier des Menschen in seinem Alltag von dir und mir von uns allen die wir sozusagen in dem Moment wo wir Bargeld sehen sagen wir scheiß auf die Wohltätigkeit ich kann das einfach reinstecken das war ja auch legal ich durfte das reinstecken das ist ja dann auch wiederum so ein Zeichen dass man so Aktionen die im Theater stattfinden können aber auch im Außenraum wenn es die Kommunen und die Städte zulassen natürlich raus transportiert werden können das ist ganz toll ich sage ja auch nichts dagegen ich sage nur man muss wissen was man will man muss sich hinsetzen und überlegen was für eine Kultur will ich und ich finde es immer ein Fehler wenn man dann das eine als Hochkultur dimensiert und das andere als Laienstraßentheater ich finde das hat alles seine Berechtigung man muss nur die Gewichtungen wissen ich glaube dass die Hochkultur gut daran täte sich zu überlegen was sie eigentlich ist wer sie ist und was sie da tut ich glaube dass dieses also wir hatten jetzt gerade in Frankfurt gibt es einen Kollegen der hier das Haus gerade leitet und der angeblich eine Kunstaktion gemacht hat und war riesengroß ein Plakat aufgehängt hinter den Fenstern des Schauspielhauses da stand drauf Deutsch mich nicht voll das hat ziemliche Diskussionen erzeugt ich glaube auch zu Recht weil ein Haus das eigentlich also wenn man so will ist Theater oder auch gerade das klassische Theater natürlich auch aufgerufen ich sag's mit Goethe da steht was du ererbt von deinen Vätern hast erwirbt es um es zu besitzen zitiert sogar Horvath in Geschichten aus dem Wiener Wald ich nehme diesen Satz auch wenn Horvath ihn etwas ironisch zitiert ich nehme diesen Satz sehr ernst ich glaube man muss überhaupt erstmal wissen womit man umgeht was die eigene Kultur und die eigenen Wurzeln sind und deswegen fand ich ja auch Kuschauer hat das ja offiziell abgeschafft also seit Kuschauer ist ja das Burgtheater nicht mehr kein deutsches Nationaltheater mehr war es vorher aber auch nicht die haben genauso Shakespeare und Moliere gespielt oder was auch immer aber ich glaube dennoch dass so wie die Opernhäuser in immer neuen Interpretationen zeitgemäßen Interpretationen auch musikalisch immer noch Berlioz, Wagner, Verdi und Schubert spielen Schubert weniger aber auch er hat auch was geschrieben in Oper aber oder hat er Schumann meine ich Entschuldigung ist immer leicht zu verwechseln haben die Theater natürlich auch nur die Verpflichtung eine bestimmte also eine Mischung aus Neuentwicklung von neuen Autoren von zeitgenössischen Stücken aber auch von Interpretationen dieser Dinge die an die wir erstmal rankommen müssen zu tun also das Neue ja ich kenne ja also zu sehen also jede ich glaube jede Generation erfindet ihren eigenen Kleist also man sieht das zum Beispiel gerade an der an der Geschichte wenn wir über Gleist reden wollen der Hammandschlacht das wurde so geholt von den Nazis sozusagen als als deutschnationales Erweckungsstück gesehen aber es war aber gleichzeitig auch ein Stück zu Gleiszeiten das ging ja gegen die Franzosen und nicht gegen die Römer also gegen den Nationalismus und es zeigt es ist ein Stück von großer psychologischer Tiefe und jedes jede Generation und dann gab es die berühmte Hammandschlacht von von Peimann in den 80er Jahren die ja weltweit tourte also jede es gab sogar jetzt die Funk Kuschai hatte ich ne hatte ich Kuschai gemacht ich weiß es mir auch wurscht ebenfalls es zeigt daran dass an guten Stücken das sieht man auch bei Shakespeare jede Zeit ihre Interpretation findet und die Stücke ja in sich modern sind wenn sie modern gelesen und gesehen werden und jede Zeit ihre eigene Lesart findet und das finde ich eine großartige Möglichkeit das sind aber Stücke die man auf der Straße mit unseren berühmten drei Brettern kaum spielen kann weil erstens mal braucht man ausgebildete Schauspieler dafür weil diese Sprache ist uns nicht bewältigbar man braucht hervorragende Regisseure und man braucht auch den Raum dazu um sie wirken zu lassen und ich glaube wir können es uns kulturell nicht leisten auf unser Erbe zu verzichten wir müssen es erwerben um es zu besitzen und von da aus weiter zu gehen Modernität ist auch immer eine Sache der wie sagen die Chinesen ein neues Buch ist dann toll wenn es zu 99% was im alten besteht und wenigstens 1% wirklich Neues enthält dieses 1% kriegen wir nur dadurch dass wir die 99% überhaupt verstehen wenn wir diese Fähigkeit unserer Kultur abschreiben und das Bewusstsein nicht mehr haben wird wenig gescheites Neues entstanden behaupte ich jetzt einfach mal das ist aber eine These die ist diskutierbar das ist nicht konservativ das ist eher sehr progressiv gedacht ich brauche einen Boden um springen einen festen Boden um abspringen zu können und das könnten die Theater leisten aber sie müssen es nicht so wahllos machen sie müssen es so viel machen und man könnte sie wirklich schlanker machen und qualitativ vielleicht hochwertiger das heißt jetzt in der Zeit das heißt jetzt um abschließend zu sagen zur Zeit in dieser Pandemie wie du eingangs sagtest wäre die große Chance da und ist wahrscheinlich immer noch da in sich zu gehen und an Konzepten ist doch da wie ich aber höre wie ich aber leider höre ich kann das nicht generalisieren und pauschalisieren weil ich nicht in jedem Theater meine Leute habe die ich hineinhöre oder bei den Theatern nur wie ich Leute kenne ist diese Chance durch die Panik das Theater anschließend abgeschafft würde und dass man ungeheuer ganz aktiv sein muss und möglichst noch rühriger auch wenn man gar nichts zeigen kann also es gibt Theater große Theater also mal in einer Stadt mit M die ich jetzt nicht nenne in der die glaube ich auf Halde eine Unzahl von Stücken produziert haben die überhaupt bis jetzt noch gar nicht zur Aufführung gekommen sind und wo die Schauspieler schon gar nicht mehr wissen wo sie ob sie das überhaupt spielen und dann sind die Proben schon ewig her und dann müssen wieder Aufnahmeproben wenn die überhaupt jetzt auf die Bühne kommen und so weiter die haben eine Pipeline die ist übervoll also es sind einfach Dinge die man hat diese Chance ein bisschen verstreichen lassen sich hinzusetzen vielleicht ist sie noch da sind wir positiv wäre zu oft also noch mal ganz kurz nochmal Frankfurt also die Zwei-Häuser-Lösung würde bedeuten ich mache eben ähnlich wie in Graz die Werkstätten auf der grünen Wiese das heißt ich plane bereits Kosten ein die so groß sind das heißt wenn es knapp wird dann muss ich an der Kunst ansparen das war in Köln genau dasselbe als ich da antrat wurde halt gespart und gesparen konnte man nur weniger Schauspieler weniger Regisseure und so weiter und so fort wir haben versucht gleich viel Produktionen zu machen auch ich habe das gemacht ich habe ganz viele Produktionen gemacht waren 20 nur nicht waren 30 aber das hat uns letztendlich sehr geschadet weil wir tatsächlich nur da sparen konnten eigentlich müsste ein großer Think Tank her ja der das allumfänglich von allen Seiten beleuchtet also eine Mannschaft die sozusagen daran arbeitet an Konzepten und nicht nur auch punktuell wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt was macht man mit den städtischen Bühnen ja genau da bin ich ganz an der Meinung Marc Günther herzlichen Dank für das tolle Gespräch und wir hören uns bald wieder Dankeschön nach Frankfurt ich bedanke mich dafür Tschüss Marc auf Wiedersehen bis Schweiz Tschüss